Hallo liebe Eltern, liebe Besucher. Heute möchte ich mir über das Thema Babykleidung im Frühling ein bisschen nahe angehen. Besondersweise an die Mützen, an den Schutz für die Ohrchen. Daraus wird wärmer, Sonne scheint, einfach ladet ein zum Spazierengehen, dann sollt man es machen, weil ihr Baby hat Ärzte Frühling. Und deshalb sollt man es richtig genießen. Ja, das ist warm, fühlt man sich wärmer an, kleidet man sich selbst auch etwas leichter. Aber was ich möchte, ihnen ein bisschen Herz legen. Denken Sie an Ohrchen. Die Mütze für Baby muss nicht so dick sein. Sie kann auch leicht sein, dünn, aber sie soll einfach Schutz sein vor Ohren. Weil dieser Wind, wo es doch noch ein bisschen frisch ist, kann ganz unangenehme Beschwerde dem Kind zuführen. Weil Ohrchen vom Kind, besonders weiße Trommelfell, ist noch ganz zart und ist nicht so widerstandsfähig für den Wind. Und deshalb einfach Mütze anziehen, wo etwas dünn ist, mit Bänchen, wo besser Ohrchen abdeckt. Oder wirklich beim Binden hat auch richtig Gehalt, wo Baby auch Kopfscher drehen, hat keine Einschränkungen, kann alles beobachten und genießen. Schöne Frühling, schöne Farbe und auch gesund bleiben. Deshalb, suchen Sie etwas Passendes, wo wirklich Ohren sind geschützt. Das ist schon sehr wichtig. Und dann wünsche ich Ihnen und Ihrem Baby schöne Spaziergänge, schönen Frühling und in jedem Fall Gesundheit. Für Sie und für Ihre Kinder. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.